Hallo, herzlich willkommen zum Wetter hier bei wetter.net. Gleich zu Anfang ein kleiner Hinweis. Viele schreiben ja ganz fleißig Kommentare, das finde ich wirklich wunderbar. Aber etliche Fragen auch immer, wie wird das Wetter bei mir, wie wird das Wetter dort und da. Also wer das wissen möchte, geht am besten auf www.wetter.net und kann dort oben seine Postleitzahl eingeben oder seinen Ort und bekommt dann wirklich genau für seinen Ort die ausführliche Wettervorsage. Also einfach mal www.wetter.net besuchen. Ja, bei uns ist heute der 1. November und im November gibt es ja meist schon die nächsten Wintereinbrüche und da fragt man sich natürlich, gibt es auch in den kommenden 10 bis 14 Tagen bei uns wieder mal einen Wintereinbruch und da muss man ganz klar sagen, Fehlanzeige, ein Wintereinbruch ist in den nächsten 10 bis 14 Tagen nicht in Sicht. Aber zuerst mal zum Wetter vom heutigen 1. November, das ist ja in vielen Regionen auch ein Feiertag und das Wetter ist meist trüb. Es gibt viele Wolken und im Westen kann es stellenweise auch mal etwas Regen geben, also im Saarland, in Rheinland-Pfalz, in Nordrhein-Westfalen, teilweise auch in Hessen. Da kann es heute mal ein bisschen nass werden. Die Temperaturen dort so 10, 12, teilweise 13 Grad. Nach Osten scheint zeitweise mal die Sonne und hier werden so 14 bis 17 Grad erwartet. Ja, auch in den kommenden Tagen geht dieses leicht novemberhafte Wetter weiter. Es gibt einen Mix aus Sonne, Wolken, Hochnebel, teilweise auch mal 10 Nebel. Der kann sich auch lokal mal den ganzen Tag halten und die Temperaturen erreichen am Freitag 10 bis 16 Grad. Am Samstag ein bisschen kühler mit 10 bis 14 Grad. Ja, und am Sonntag steht er sehr mild für die Jahreszeit mit 12 bis 17 Grad. Ja, und sehr warm geht es dann auch nächste Woche weiter. Die Temperaturen erreichen am Montag teilweise bis zu 20 Grad. Dazu ein Gemisch aus Sonne, Wolken, Hochnebel und stellenweise auch mal etwas Bodennebel. Auch am Dienstag trocken, am Mittwoch trocken. Neuer Regen ist also weit und breit ebenfalls nicht in Sicht. Und die Temperaturen, die erreichen so 13 bis 20 Grad. Noch zum Schluss der Blick auf die Ensemble-Vorhersage für Norddeutschland bis zum 17. November. Und wir sehen es schon, wir haben es in der Höhe mit sehr warmer Luft zu tun. Das ist diese rote Linie hier und diese Linie bleibt eigentlich bis zum 17. November immer über dieser braunen Linie. Das heißt, es geht in den kommenden 10 bis 14 Tagen für die Jahreszeit viel zu warm weiter. Das kennen wir schon aus dem ganzen vergangenen Jahr. Und auch die Niederschlagssignale bleiben gering, fast überhaupt kein Niederschlag. Erst hier Richtung Monatsmitte gibt es ein paar Signale, aber bis dahin ist noch weit. Also wir halten fest, kein Wintereinbruch in Sicht. Es bleibt viel zu warm und wir müssen weiterhin auf den ganz großen Regen warten. Mit diesen Aussichten macht's gut. Tschüss, bis bald.